willkommen zurück zu oxygen not included ich immer noch kein sauerstoff inbegriffen gott ich will wie konnte ich gerade nur so fehlen jetzt muss ich wahrscheinlich eher als gedacht hier unten ran gehen um hier weiter zu arbeiten das war so nicht geplant aber immerhin meine duplikanten sind jetzt mal so weit dass sie hier arbeiten und hier seht ihr schon wie hydrogen sich hier so langsam auf den weg nach oben macht denn hier ja haben wir hydrogen jetzt als neues ding drin auch hier sind ja auch noch also hydrogen lustiges zeug werde ich dann benutzen um hier oben später energie zu produzieren das wird sehr schön ja und daran arbeiten wir jetzt in den nächsten zeit das wichtige ist dass wir das ding haben immer noch insufficient oxygen okay okay wir haben ja natürlich überhaupt kein algen mehr ne heilige scheiße und hier das wasser und nerv und meh ja gut also nicht gut ja wir haben unser gasplumbing fertig sehr geil heißt nächste research wäre natürlich combustion die brauche ich jetzt auch die brauche ich jetzt ja auch aber ich muss ja auch feindining und hier und farming wie machen wir das ich muss jetzt erst combustion machen sonst bringt das nix also so das muss ja auch noch auch man da habe ich jetzt ja gar nicht mehr daran gedacht so ein mister berach mann 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 okay jetzt lassen wir die erstmal da hoch dass wir das ding hier anschließen können den air scrubber reachable ja das ist richtig der air scrubber der braucht in sachen plumbing definitiv liquid pipes der braucht einmal eine wasserzufuhr und dann eine dreckwasser abfuhr das problem ist nur ich kriege mein dreckwasser hier kaum hin beziehungsweise ich muss dann hier von dieser seite auch quasi so dreckwasser und liquid pipe braucht frischwasser so okay in der hoffnung dass er das dann nicht hier lang fließen lässt das wäre ein bisschen blöd da muss man kommen wie das hier programmiert ist müssen wir mal gucken okay duplikanten dürfen dann hier auch noch spaß haben einmal wir haben jetzt haben auch die gas permeable teils das ist jetzt wichtig die würde ich nämlich jetzt gerne dann hier anbringen die gas permeable teils so das ist gut die dürfen sie dann dahin bauen hier noch nicht weil ich erst die ganze luft weg muss sonst scheiße aber immerhin bauen sie sind sicher schon ganz fleißig und bauen hier ganz gut das ist gut hier unten sammelt sich ja noch das zeug heißt da sollte ich auch noch mal ein air scrubber hin bauen und die muss ich dann später weg machen ei 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 ich habe hier einen scheiß gebaut das darf ja nicht wahr sein so gas permeable teils hätte ich dann auch gerne hier und hier erst mal so dass das alles schön fließen kann hier aber jetzt müssen sie sich erst mal hier rumkümmert dass die mal vorankommen so die lara die lara ist gerade ein bisschen gestresst die darf sich hier dann mal einfinden so und das mit dem wasser hier das nervt mich so sehr dass ich das verbaut habe zum kotzen das ist doch zum kotzen ich wäre es ganz schön wenn ihr hier noch mal hin baut und hier quasi auch und der rest da wird zwischen weg dickt weg und weg so glaubt dies ist gut ein neuer duplikant yes choose a duplikant okay wir haben einen runner einen miner bodybuilder ein sehr starker typi carrying weight der kann viel tragen vom meter vom meter vom meter das ist schon mal gut jocke cannot perform job research okay ist nicht wichtig narkoleptik ist nicht so schön mhm cannot perform job build das ist natürlich auch nicht schön narkoleptik ist auch nicht so geil aber egal ich glaube ich nehme sie mal die darf dir mal hauptberuflich hier rumdicken die ist eigentlich auch gar nicht so schlecht wir nehmen sie mal so jobs jetzt müssen wir gucken also wer ist momentan mein digger äh dick wir haben hier die lara die hier hauptberuflich schon da sehr gut mitarbeitet ähm digging so ich glaube so machen wir das mal die darf mobben die darf harvesten die darf combat ähm und sweepen darf sie auch gerne aber das sind so die hauptaufgaben go haben wir noch einen weiteren arbeiter hier und natürlich braucht der arbeiter ein neues bett so let's go let's go immer noch an zu fischen oxygen ja klar ähm hier oben sind sie ganz fleißig wieso macht ihr das jetzt gerade wieso macht ihr das nicht hier oben das ist wichtiger da kommt ihr nicht hin richtig natürlich kommen sie da nicht hin weil ich das nicht mit oh ich Idiot 9 äh so go 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 gange jett und irgendwas das sieht gut aus ein eiei was mache ich denn hier ich weiß einfach ob das so ne gute idee ist mit dem air scrubber und ab jetzt einfach durchballern lassen nach unten einfach durch fallen lassen und dann ist ja gut nö dann wäre gern es gut aber so schlau bin ich nicht La 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 la. So. Komm, jetzt bau mal ein bisschen fixer hier. Kann nicht sein. Mach da mal hinne. Mach da doch mal hinne. Wieso ist Research eigentlich gerade... Klar, weil ich das hier in Höhe priorisiert habe. Priorisiert 7. Research hat nur 6. Dann sollte ich dem auch noch mal 7 geben. So. Also Strom haben wir momentan noch genug, Gott sei Dank. Wasser haben wir hier auch noch genug. Licht auch, okay. Sieht alles in allem ganz gut aus. Äh, ja. Okay, das Ding wird rausgebaut. Ai, 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 ai. Unbreathable. Ja, das glaube ich. Jetzt brauche ich nur mal jemanden, der hier auch bauen darf. Wer das mal... Jetzt lasse ich mal ganz gucken. Jobs. Wer bildet hier momentan? Die hier. Ich hätte doch den... 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 Den Typen nehmen sollen, der bauen darf. Stinky ist mein Haupt... Stinky ist mein Haupt... Mein Haupt-Tipi. Stinky. Äh, wo ist denn der Stinky? Stinky, wo bist du? Da, der delivert gerade. Äh. Okay, Stinky. Kannst du jetzt mal bauen? Ne, jetzt muss er erst Sport machen. Okay, heißt, wir müssen die Priorisierung hochsetzen. Acht. Go. Das ist wichtig, dass das gemacht wird. Ok, ok, ok. Da muss mal einer ran. Okay, das sieht alles noch ganz gut aus. Eieieieiei, was haben wir da veranstaltet? Was haben wir da veranstaltet? Oxygen sieht... Ach, das sieht echt richtig scheiße aus. Fuck. Okay, ich brauche mehr Electrolyzer. W sind die mehr und zwar schnell. Sonst werden die mir hier alle verrecken. Weil ich auch das Zeug nicht schnell genug abgebaut kriege. Ähm. Das geht einfach nicht fix genug. Ähm, machen wir mal bitte hier... Äh... Quickly... Hier... Das Ding reinziehen. Und ganz... Das heißt Priorisierung auf 8... Das hier... Und auf 9... Dick auf 9... Das hier. Go. But it's my bone in fucking airlock. Have you just money priorise? 9. Go. Build it, for God's sake. Stinky... Stinky, nein! Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Jetzt... Das geht jetzt gleich ganz schief. Das geht jetzt gleich gewaltig schief, weil die... Nein. Nein, Leute. Warum denn? Ah... Okay. Jetzt muss ich mal beschleunigen hier. Das darf auch nicht wahr sein. Leute, was tut ihr denn? Könnt ihr doch nicht tun so. Tut doch... Tut doch so nicht tun. Tut doch nicht. Das geht so doch nicht. Freundchen. Okay. Jetzt baut mir dieses scheiß Airlock dahin. Ich brauche das dringend. Mann. Das ist wichtig. Sonst habe ich hier gleich den ganzen... CO2... Ja, hier. Überall Carbon-Diagnose hat. Ja, geil. Fuck. Okay, das Ding ist schon abgebaut. Jetzt muss ich dringend... Ähm... Priorise. Die Dinger müssen jetzt auf 7. 7, 7, 7. Na, die kriegen für mich sogar eine 8. So. Da auch nochmal. Go. Haut rein. Hau rein, Hein. So. Leg den Zahn zu, Freundchen. Ich brauche mehr Oxygen. Sonst habe ich gleich ein großes Problem. Ähm... Gott sei Dank. Okay. Äh... Heißt, ich sollte auch mehr Electrolyzer langsam aber sicher bauen. Okay. Wir brauchen noch einen Electrolyzer. Äh... Oxygen. Wir machen den hier hin. Gut. Der braucht dann wieder Wasser. Plumbing. Liquid. Und Strom. Go. Das kriege ich jetzt auch eine hohe Prio. Ist mir egal. Sechse. Also auf 6 priorisieren wir das Ganze mal hier. Go. Und dann muss ich das hier auch dringend hau hochhauen auf Prio, Prio, Prio. Prioris 7. Irgendwie so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Holding Breath. Ja, die kriegt keine Luft mehr. Come on. Kommt schon, Leute. Ihr schafft das. Ich glaube an euch. Ihr könnt es. Ich weiß es. Ähm... Mobben wäre ja auch mal ganz nett. Äh, 5 hier. Mob hier mal eine Runde. Okay, Essenszeit. Gut. Research. Ist jetzt gerade wo? Combustion. Okay. Eieieiei. Kommt schon, Leute. Ihr schafft das. Ich glaube an euch. Was? Was hast du denn? Was? Wieso machst du das? Mädels. Okay, let's go. Kommt schon. Ihr schafft das. Das ist hier oben. Cool. Oh, cool ist gut. Hier ist ein Riesen-Cohllader. Das ist sehr gut. So, Freunde der Nacht. Jetzt... Aber mal... Andale, andale. Ich brauche jetzt hier Zeug. Lass mal duschen. Das ist gut. Da geht das Wasser zur Neige, das hier unten hingeflossen ist. Leute. Kommt schon. Ihr schafft das. Wie sieht es aus? Oh, Gott sei Dank. Hier ist endlich wieder... Ach, Gott sei es gedankt. Okay, jetzt muss ich nur zusehen, dass ich jetzt hier langsam, aber sicher mal was hinkriege. Dass er mal hier... was macht. So geht das doch nicht. Wie habe ich gerade die Priorisierung? Ah, jetzt machen sie es erstmal hier. Okay. Das ist drin. Die ist schön auf acht. Ich glaube, die kann ich jetzt wieder auf sieben runtersetzen. Jawohl. Jetzt machen sie erstmal da weiter. Okay. Dass das drin sitzt. Dass ich dann da hoch kann. Eieieiei, komm, ich muss... Ihr müsst das Ding da oben fertig haben. Danach müsst ihr den hier unten fertig bauen. Kommt schon. Leute. Wir schaffen das. Ich weiß, es ist ein Chaos hier. Ich weiß es. Aber wir müssen das jetzt mal hier... ...hinkriegen. Ihr schafft das. Ich weiß gar nicht, ob das eine gute Idee ist, das hier hinzubauen. Da ist auch Carbon Dioxide. Scheibenkleister. Kommt schon, Leute. Macht mal hinne. Okay, das Ding ist gebaut. Priorize. Sieben ist vielleicht zu wenig. An refrigerated food. Irgendwann haben wir jetzt erstmal wieder Sauerstoff. Das ist wichtig. Äh. Oh nein. Okay. Priorize. Neun. Das hier. Go. Die List mit... Jetzt muss ich erstmal wieder Jobs... Ich glaube, ihr dürft jetzt alle mal bilden hier. Das kann nicht wahr sein. Go. Jobs. Bild bei allen rein. Go. Dass wir hier mal vorankommen, ist gar nicht wahr sein. Der Paul hier. Der Paul, unser Level 6 Runner, der macht jetzt hier hinne. Der legt jetzt hier Vollgas vor. Der macht jetzt hier einmal ordentlich Power to the Power. Das hier ist scheiße. Dass ich jetzt erst den Air Scrubber da oben hinbauen muss, ist ziemlicher... Kack. Weil das so viel Zeit kostet. Das kostet viel zu viel Zeit, den Air Scrubber da hinzubasteln. Ähm. Wie machen wir das? Verdammte Axt. Wie machen wir das? Ich kann natürlich einfach sagen, okay, scheiß was drauf. Ähm. Scheiß was drauf. Wir packen den Air Scrubber hier hin und sehen zu, dass wir hier oben das anders hinkriegen. Ich glaube, das mache ich auch, weil das geht schief hier. Also, äh, cancel Liquid Pipes. So. So. Und so. Der ist den da oben, cancel wir auch. Äh. Der Stopp. Das ist... Da muss ich auf alles. Go. Und stattdessen werden wir jetzt auch noch canceln. Äh. 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 Cancel. Buildings. Das muss weg. Wieso kann ich das jetzt nicht... Oh. Will ich hier auch nicht machen. Hä? Tiles. Ich will die Tiles... Ah, die Deconstruct. Sorry. Deconstruct Buildings. So. Die müssen nämlich weg. Und da müssen Gaspermeable Tiles rein. Go. 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 Okay, hier ist gerade alles... Oh, fuck. Warum ist hier gerade wieder alles runtergefallen? Hä? Dick. Go. Okay. Okay, okay, okay. Wir kriegen das hinten. Wir kriegen das hier hinten. Das wird schon. Das wird schon. Ähm. Okay, das wird schon mal deconstructed. Sehr gut. Oh. Aua. Das tat weh. Okay, ich brauche jetzt hier langsam aber sicher mal ein bisschen Power to the Bower. Ähm. Jawohl, ja. Also. Gas geben. Jetzt muss ich doch mal gucken. Hier sammelt sich das Carbon Dioxide. Das hier muss der Air Scrubber hin. Den muss ich jetzt tatsächlich mal... Ähm. Oxygen Air Scrubber hier hin. Da brauchen wir den tatsächlich. So. Plumbing. Liquid Pipe brauchen wir. Wasser. Das kriege... Also Frischwasser. Das kriegen wir von hier. Frischwasser. Jawohl. Und dann brauchen wir Brauchwasser. Liquid Pipe. Das legen wir hier lang. Ähm. Brauchwasser machen wir einfach hier lang. Ne. Hier lang. Brauchwasser ist... Hier. Go. Dass das hier mal vorangeht. Ok, ok, ok. Äh. Priorize. Ähm. Auf sieben. Den ganzen Kladradatsch hier. Das muss fertig. Sonst habe ich hier bald... Sehr bald ein großes, großes Problem. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Und das hier. Das muss jetzt alles sehr, sehr schnell fertig werden. Sonst geht das hier vor die Hunde. Fuck. Das ist echt scheiße mit den Elektrolyzern. Das ist... Aha. Das macht ihr dann fertig. So. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal wieder eine kleine Pause. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bye. Let's play. Oxygen. Not included. Das hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet habt. Bis dahin. Ciao.